Hallo und willkommen bei Hardware Art. In diesem Video das Update des 1.100 Euro Gaming Computers November 2016. Als Prozessor der Ingecore i7 6700 mit 4x3,4 Gigahertz. Er hat einen Turbo-Takt von 4,0 Gigahertz, 65 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit, er hat Hyper-Threading, das deutet jeder kann an zwei Threads, er hat ein theoretischer Achtkerner und er wird in der Boxversion geliefert, das deutet ein Kühler, ist schon dabei. Es ist zur Zeit einer der besten Prozessoren zum Zocken und sollte für Gamer die nächsten 3-4 Jahre locker ausreichen. Als Mainword, dass der S-Drog H110M HDS mit dem Intel H110 Chips hat, es hat USB 3.8 H3, 2D4 RAM-Bänke, PCI-Express 3.0, ein 5.1 Soundchip und am I.O. Panel 2x PS2, DVI und HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, 2x USB 3, 4x USB 2, eine Ladenbuchse und drei 3,5 Millimeter Klinken für den Soundchip. Und als Arbeitsspeicher 16 GB von Crucial, DDR4 2400 und CL16 sind normal schnell, es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann ihn im Dual-Channel-Modus betreiben und 16 GB sind für Gamer die nächsten paar Jahre auf jeden Fall genug. Als SSD die 240 GB OCZ Trion 150, es ist eine normal schnelle SSD und 240 GB reichen in der Regel aus für das Betriebssystem, alle Programme und ein oder zwei Spiele. Als Festplatte eine 1 TB von Toshiba, sie gehört mit 7200 Umdrehungen und 3,5 Zoll zu den schnellsten Desktop-Festplatten und 1 TB sind für die meisten da unter euch locker ausreichen. Und als Grafikkarte die 8 GB Gainword Chiefers GTX 1070 Phoenix, es ist eine übertaktete Version der GTX 1070, trotzdem sollte sie dank dem großen Kühler und dem niedrigen Stromverbrauch nicht allzu laut werden. Mit ihr sollte man die meisten derzeitigen Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Als Netzteil das 450 Watt Cooler Master G450, es hat Kabelmanagement, was heißt man kann die Kabel abnehmen, die man nicht braucht und 450 Watt sind für den PC mehr als genug. Und als Gehäuse das Fractal Core 2300, es ist ein schlichtes Gehäuse mit viel Platz für Komponenten, außerdem sind zwei Lüfter bereits vorinstalliert, aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Optional, wenn ihr den PC nicht selber zusammenbauen wollt, könnt ihr ihn auch für 29,90 Euro zusammenbauen lassen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich hoffe das Video hat euch gefallen, falls das Video älter halt zum Monat ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken, diese würde ich immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.